Du begegnest gerade dem besten Schützen des Westens. Und du begegnest gerade dem besten Schützen des Ostens. Wenn du besser bist, dann zieh! Die Sonne blendet mich. Dann lass uns woanders hingehen. Hier ist es okay. Nee, hier sind mir zu viele Steine. Hey Kumpel, lass uns in den Wald gehen. Okay. Was für Deppen, wenn sie wüssten, dass ihre Pistolen nur mit Zündplätzchen funktionieren. Nee, ist zu kalt. Warum wollen wir uns eigentlich abknallen? Kein Plan, lass uns ein Bier trinken. Ich geb ein aus. Jo. fürs B Vielen Dank.